Musik Wir sind die Melkfee GmbH, eine Ausgründung aus dem ATB. Wir haben uns die Verbesserung und Steigerung des Tierwohls in landwirtschaftlichen Milchierbetrieben auf die Fahnen geschrieben. Dafür haben wir zum einen einen Zitzengummitest entwickelt, mit dem die Druckwirkung des Zitzengummis auf die Zitze beim Melken gemessen wird. Auf der anderen Seite bieten wir eine umfangreiche Beratung für Landwirte an, alle mit dem Ziel, das Tierwohls in der Milchierhaltung zu verbessern.